Leute, sehen wir heute ein neues Allzeithoch in Bitcoin, wir stehen so kurz davor. Heute Nacht greifen wir die 69.000 US-Dollar Marke an, doch scheitern vorerst um knapp 300 US-Dollar bei 68.686 US-Dollar. Mit diesem Anstieg wird Bitcoin zum neunt wertvollsten Asset dieser Welt und uns trennen nur noch knapp 30 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, dann übertrumpfen wir auch Silber. Aber gestern kamen erneut Inflows in die Bitcoin-Spot ETFs in Höhe von 562 Millionen. Sehen wir diesen Wert am heutigen Tag, sage ich euch, es ist Zeit das Allzeithoch zu brechen, genauso wie in 14 der 20 größten Währungen weltweit. Gestern war der Euro dran, neues Allzeithoch und wie es hier geschrieben steht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der US-Dollar dran glauben muss, Leute. Ebenfalls haben wir gestern über die ersten Bullrun-Signale gesprochen, heute zeige ich euch weitere On-Chain-Indikatoren, die signalisieren, wir haben noch jede Menge Luft für den nächsten Anstieg. Ebenfalls rückt die Coinbase App auf Rang 100 vor im App Store, der Retailer ist da und all das 41 Tage vor dem Halving. Alles was du jetzt wissen musst zum Bitcoin-Preis, wichtigste Preis-Level, nächsten Liquidation-Level etc. und Co., das bekommst du an die Hand hier im heutigen Video. Falls dir gefällt, gerne den Like-Button smashen, falls du neu bist auf der Crypto Wall Street, gerne rein abonnieren, tagtäglich von diesen Informationen profitieren und bestens vorbereiten mit uns in den Trading-Tag starten. Und erst einmal einen großen Shoutout an die Community. Vielen, vielen Dank für die 13.000 Abonnenten-Marke, vielen Dank für euer Vertrauen, eure Unterstützung und den täglichen Support und die Liebe, die ich hier wieder fahren darf. Wir verschwenden keine Zeit, machen direkt da weiter. Let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Leute, die Crypto Rally, die geht weiter. Die Altcoins pumpen weiterhin links und rechts mit zweistelligen Beträgen und Bitcoin, der pumpt ebenfalls weiter. Wir sehen ein neues Jahreshoch bei 68.686 US-Dollar. Wir standen so kurz bereits vor einem neuen Allzeithoch hier im US-Dollar-Chart. Aktuell handelt Bitcoin für 66.590 US-Dollar. Mit diesem Angriff auf das letzte Altzeithoch sehen wir erst einmal wieder einen sehr, sehr scharfen Abverkauf, einen erneuten Liquidation-Wig, um verspätete Long-Positionen hier aus dem Markt heraus zu liquidieren. Aktuell das Delta nicht mehr so groß wie zuvor mit diesem Anstieg, denn mit diesem letzten Drop wurden wieder einige Long-Positionen heraus liquidiert. Damit die Ratio aktuell 89 zu 207 Shorts versus Longs. Aktuell natürlich auch weiterhin die Longs at Risk. Doch Leute, ich sage es euch, solange wir diese Inflows in Höhe von 562 Millionen US-Dollar sehen, nicht jeden Tag, wir hatten zuvor 939 Outflow, aber solange wir diese Zahlen hier sehen, Leute, wird dieser Run-Up weitergehen in Bitcoin. Dieser Run-Up endete jetzt wie gesagt vorerst knapp unterhalb des letzten Allzeithochs. Wir werden abverkauft auf der 1-Stunden-Chart auf den 50er EMA bei aktuell liegend 65.289 US-Dollar. Hier kriegen wir erst einmal einen Bounce rein, doch ihr seht diesen Wig, dieser Wig, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, der wird jetzt erst einmal gefüllt. Diese Imbalance, noch einmal einen Retest in diese Region werden wir sehen, ehe wir den nächsten Aufschwung von Bitcoin erwarten dürfen und den nächsten Angriff auf das Allzeithoch. Und wenn wir das Allzeithoch angreifen und knacken, Leute, dann steht Bitcoin nicht mehr nur auf Rang 9, hier bei den Assets, Top Assets bei Market Cap weltweit, nein, dann rücken wir tatsächlich auch vor auf Rang 8 und übertrumpfen Silber. Leute, was wäre das für ein Statement für Bitcoin? Wir hätten dann als nächstes Alphabet, Google, Amazon, Saudi Aramco und Nvidia im Visier, ehe es dann in die Regionen, früher oder später wird es soweit sein, hier oben dann landen werden. Also sehr, sehr spannende Zeiten aktuell. Wir haben darüber gesprochen im Intro, ein neues Allzeithoch in 14 der 20 größten Währungen weltweit. Wir sehen Allzeithochs bereits im Japanese Yen, Australian Dollar, Canadian Dollar, Chinese One, New Zealand Dollar, Swedish Krona, South Korean One und jetzt gestern waren in diesem Fall ebenfalls dran der British Pound, Sterling und vor allem der Euro, Leute. Wir sehen ein neues Allzeithoch im Euro, 63.359 Euro. Hier liegt das neue Allzeithoch von Bitcoin und wie beschrieben im Tweet gestern, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der US-Dollar dran glauben muss. Wie gesagt, wir stehen knapp unterhalb des Allzeithochs, Bitcoin handelt aktuell für 66.488 US-Dollar. Es sind sehr, sehr volatile Zeiten und deswegen auch klare Ansage meinerseits gestern, obwohl wir jetzt hier die Bitcoin Bullrun-Signale reinbekommen. Es ist bestätigt, Leute, der Bullenmarkt, der ist gerade voll in Fahrt, habe ich gesagt, seid bitte vorsichtig mit euren hohen Hebeln. Während dieses Anstiegs wird es immer wieder volatil werden und es werden auch immer mal wieder solche Liquidation Weeks vorkommen. Und vor allem, wenn man sich dann mit hochgehebelten Positionen im Markt befindet, 30, 40, 50, 100 Ex-Positionen, dann wird so ein kurzer Rücksetzer sehr, sehr schnell zu Liquidierungspreisen führen, denn hier sehen wir einen Rücksetzer in Höhe von 5%. Hättest du das Top mit einem 20er Hebel geschortet, wärst du hier bereits liquidiert worden, deine Position zunichte gemacht. Von daher klare Ansage gestern meinerseits, wer hier mit Hebel arbeiten möchte, der sollte sich langsam in den Markt, ebenfalls wie bei Spot, rein akkumulieren, mit kleinem Hebel starten, kleine Positionen aufmachen, gestern über ein signifikantes Level gesprochen, über die Breakout-Kante von 64.000 US-Dollar, gilt natürlich weiterhin, Leute, das ist soweit erst einmal aus Chart-Sicht, ein sehr, sehr wichtiger Support, den wir jetzt haben, 64.000 US-Dollar, als auch natürlich immer der EMA hier in der 1-Stunden-Chart, in diesem Fall ist der 50er EMA. Heute sehr, sehr wichtiges Preislevel, die 65.280 US-Dollar-Marke. Hier sind wir vorhin, oder ja, letzten Endes war es vorhin, heute um 6 Uhr morgens draufgefallen und wie ich eben bereits gesagt habe, kann ich mir diesen Retest dieser Region noch einmal vorstellen, diesen Wig füllen, ehe wir dann den nächsten Aufschwung von Bitcoin erwarten dürfen. Was spricht ebenfalls für diesen erneuten Retest des 50er EMAs, diesen Drop und dann den Bounce, die Liquidation Heatmap aus der 12-Stunden-Chart, denn wir haben soweit erst einmal ein kurzfristiges Liquidation-Cluster hier reinbekommen, geht runter bis 65.725 US-Dollar, was ungefähr hier die Mitte dieses Wigs signalisiert, dementsprechend Liquidität kurzfristig nach unten hin abzugreifen, doch dann Leute, ihr seht, wir haben neue frische Liquidität knapp oberhalb des letzten Allzeithochs bekommen, startet bei 68.850 US-Dollar und reicht hoch bis 71.000 US-Dollar, dementsprechend rechne ich auch am heutigen Tag, wie gesagt, wenn wir diese Inflows wieder sehen sollten von den Bitcoin-Spot-ETFs, aller maximal diesen Drop Richtung 65.288 US-Dollar, respektive Retest 64.000 US-Dollar, hier sollte dann aller spätestens die Trendwende dann soweit erst einmal wieder eingeleitet werden für den heutigen Tag, dementsprechend ebenfalls zwei interessante Level für einen kurzfristigen Long-Trade. Bevor wir uns jetzt gleich noch die Indikatoren auf den verschiedenen Zeiteinheiten anschauen, lasst uns über folgendes noch einmal kurz sprechen. Gestern hatten wir über die ersten Bullrun-Signale gesprochen, falls du das gestrige Video nicht gesehen hast, schaust dir unbedingt noch einmal an, sehr, sehr werthaltige Informationen und vor allem auch den letzten Livestream vom Sonntag, hier findest du jede Menge Altcoin-Analysen, da wirst du fündig. In diesem Fall gestern ausgemacht, wir bekommen die ersten Bullrun-Bullmarket-Signale rein, in diesem Fall hier in Form des MVRVs, der signalisiert, okay, wir sehen jetzt den Start des Bullruns. Das letzte Mal, als wir diese gelbe Kerze reinbekommen haben, standen wir in diesen Preisregionen und dann kam es zum maximalen Run-Up. Ebenfalls möchte ich euch heute hier noch einmal den MVRV in Form einer anderen Visualisierung vorstellen, der ebenfalls hier soweit erst einmal in diesen Bereichen liegt. Doch was signalisiert hier dieser Chart? Wir haben noch jede Menge Strecke zu gehen, vor allem aus dieser Indikatorensicht. Erst wenn wir in diese roten Bereiche vorgestochen sind, haben wir immer wieder dieses Blow-off-Top-Lokale hoch von Bitcoin Allzeithoch gesehen. Der Markt hat sich danach zurückgezogen. Doch ihr seht, wo wir aktuell stehen, noch maximal unterhalb dieser roten Box. Was signalisiert, es ist aktuell erst der Start des Bullruns. Gut, was sagen uns jetzt die weiteren Indikatoren, wie die EMAs, wie der RSI oder der MACD? Hier in der 4-Stunden-Chart liegt der 50er EMA aktuell bei 61.000 US-Dollar, also unterhalb unserer wichtigen Tagessupports. Dementsprechend soweit erst einmal ein mittelfristiges Level, so möchte ich es nennen. Der RSI aktuell im überkauften Bereich neigt jetzt gegen Süden und ebenfalls auch hier im MACD in der 4-Stunden-Chart geht nach einem erneut positiven Crossing aktuell das Momentum verloren. Das Coinbase Premium, Leute, das ist weiterhin maximal auf Anschlag. Über 100 US-Dollar zahlte man gestern auf Coinbase, um genau zu sein, 128 US-Dollar im Durchschnitt für einen Bitcoin auf Coinbase mehr als auf Binance. Dementsprechend die Coinbase-Nachfrage weiterhin maximal vorhanden. Im 1-Stunden-Chart RSI haben wir mit diesem letzten Rücksetzer bereits jetzt vom RSI etwas resettet. Wir sind in den mittleren Regionen angekommen. Im 1-Stunden-Chart ist das Momentum hier bereits ins Negative geswitcht, spricht soweit erst einmal für diesen erneuten Retest des 1-Stunden-EMA. Im 30-Minuten-Chart ist der RSI jetzt auf dem Weg in die unteren Bereiche. Hier ist das Crossing schon weiter fortgeschritten. Das Momentum ist weiterhin negativ, spricht auch soweit erst einmal für weiteres negatives Abwärtspotenzial. Hier stehen wir aktuell aber exakt am 50er-EMA. Von daher das kurzfristigste, wichtigste Preislevel für den heutigen Tag, die 66.532 US-Dollar-Marke. Hier stehen wir aktuell. Fällt dieses Level, Leute, macht euch bereit auf den Retest des letzten Drops von 65.000 US-Dollar und dementsprechend auch den 1-Stunden-EMA. Hier im 15-Minuten-Chart stehen wir bereits unterhalb des 50er-EMAs und hier kommt der 200er-EMA. Auch schön in Konkurrenz und Harmonie mit diesem letzten Drop, mit dem letzten Tief rein. Hier im RSI versuchen wir gerade einen doppelten Boden zu bilden, ist noch nichts bestätigt. Das Momentum im MACD weiterhin negativ. Von daher hier soweit erst einmal auch signalisierend Retest weiterhin möglich dieser unteren Regionen. Und hier im 5-Minuten-Chart RSI neigt jetzt dazu, im überverkauften Bereich anzukommen. Momentum im MACD negativ. Von daher spricht einiges dafür für diesen heutigen Trading-Fahrplan, den wir besprochen haben. Retest dieses EMAs, Bounce, respektive aller spätestens hier dann einer 64.000 US-Dollar-Marke. Von daher liegen hier die Point of Interest aus der Long-Seite. So, das war es soweit erst einmal mit dem heutigen Update zu Bitcoin. Sämtliche Infos, die du jetzt brauchst, solltest du an der Hand haben. Falls dennoch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, schreib sie mir gerne unterhalb dieses Videos in die Kommentare oder join auch gerne unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Ja, kostenlos. Link in der Videobeschreibung. Dort hast du die Möglichkeit, dich tagtäglich mit 3.400 Mitgliedern, Krypto-Investoren, Analysten, Tradern, als auch mit mir zwischen diesen Videos in Interaktion zu treten. Ansonsten hoffe ich, dass dir das heutige Video gefallen hat, ich Mehrwert liefern konnte. Falls es ihm so ist, würdest du mir einen riesen Gefallen geben, einmal den Like-Button zu smashen. Und falls du neu bist, gerne rein abonnieren und tagtäglich von diesen Informationen profitieren. Jetzt einen wunderschönen Dienstag, Leute. Macht es erstmal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.